Guten Tag meine Damen und Herren. Zwischen Israel und Iran läuft es immer deutlicher auf eine Konfrontation hinaus. So fällt ein Nuklearforscher nach dem anderen in Iran einer Mordserie zum Opfer, berichtet der Spiegel. Beobachter gehen davon aus, dass der Mossad auf diese Weise den Bau einer iranischen Atombombe sabotieren will. Vor zwei Wochen erst war der iranische Atomforscher Rezaev vor den Augen seiner Familie erschossen worden. Seit Beginn 2010 ist es der dritte iranische Atomphysiker, der seinen Beruf mit dem Leben bezahlt. Iran vermutet die USA und Israel hinter den Attentaten. Washington weist jede Schuld von sich. Israel schweigt zu den Vorfällen. Wie Spiegel Online von einem anonymen Informanten erfahren haben will, soll auch der Ruf nach einer Bombardierung Irans, vor allem bei Offizieren der israelischen Luftwaffe, immer lauter werden. Untertitelung des ZDF, 2020